Hallo Leute, wir sind Tobi und Klaus. Servus, wir sind's, der Tobi und der Klausi. Wir sehen uns im März am Casino Track 2017 für den EFRA Grand Prix. Wir sehen uns dann im März 2017 zum EFRA GP an der wunderschönen Anlage im Casino. Ciao Tobi und Klaus. Ciao.